so weiter geht's ich habe jetzt noch nicht die steuerung umgestellt moment sattur und maus ich weiß vor allem was ist das eigentlich für ein quatsch dass dann sich das ganze overlay ändert jetzt muss ich oh gott oh gott wie ist das zielen damit ich muss das ziel ob ich ein bisschen da machen kann man die kamera zielen meint zum fein ziel ist natürlich besser wenn man es ja das ist mir schon zu ruckelig also ich glaube 3 ist glaube ich ganz gut 2 ist für gutes feinjustieren und 3 ist weiß eigentlich optimal nicht zu ruckelig nicht zu langsam ok hat man ist eigentlich unterschiedlich wenn ich auflade kommt noch das element dazu ja ok das ist ein bisschen mehr ich muss halt erst mal dann anfangen zu zielen schon so gott hallo list hallo ich bin list von auto verbonius bestimmt hast du bereits davon gehört doch in mutschel finden während des windblumen fests allerlei spaßige aktivitäten statt habe ich gehört empfangen alle gäste nach mutschel kommen und stelle sicher dass alle den größtmöglichen spaß an diesem fest haben weil einige veranstaltungen des festes außerhalb der stadtmauern stattfinden muss jemand den besuchern alle möglichen attraktionen vorstellen das wäre schade wenn sie all die wunderbaren spiele verpassen würden die ich vorbereitet haben und da habe ich dir wärmstens jeder schuss ein treffer ans herz legen na man sich ist ziemlich anliegend oder schießt die ziele so schnell und so genau wie möglich ab um eine hohe punktzahl zu erreichen klingt spannend keine sorge ich werde den ort für dich markieren du weißt es erst wenn du es selbst ausprobierst deswegen kannst du je nach deiner punktzahl wertvolle preise gewinnen egal ob du ein gelegenheitsspieler oder ein vollblutiger spieler bist das macht auf jeden fall spaß da kann man nicht nein sagen ja das solltest du unbedingt ausprobieren wenn du mehr über andere veranstaltungen wissen willst komm einfach vorbei ganz gern bleiben und das schaustell beobachten äh auf dieser tafel werden während des windblumenfestes die orte der herausforderung für jeden schuss ein treffer bekannt gegeben wird die herausforderung begonnen hat müssen teilweise punkte sollen in dem sie nacheinander schüsse auf ballons abfeuern diese treffen bluschen anangriffe und heftige schläge können verwenden werden um diese ballons abzuschießen 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 die zieler schlösen werden als heftige schläge gezählt die herausforderung endet sobald die zeit abgelaufen ist okay äh verschiedene ballons erzeugen unterschiedliche effekte wenn sie getroffen werden die grünen windblumenballons leihen punkte während die orangenen prachtballons in großanzfunkten liefern darüber hinaus werden die ballon ja ja die beifallsballons exkludieren die umliegende ballons zerstören beifall beifall grün ist punkt ok äh zerstören wenn platzen während die ähnlich aus den kummer ballons punkte abziehen ok wenn sie platzen trifft mehr und eine kurze zerstört um kombos zu sammeln was ist die erste der punkte für die trifft wenn du einen kummer ballon triffst wird deine aktuelle kummer unterbrochen aha ganz jeder schuss ein treffer auch mit freunden im mehrsteller mode spielen um eure schießkunst genauer zu testen i don't care so zwei tagen sie umfassung turm reigen ok turm reigen geisel der ballons 2600 feind der ballons ballonjäger 1000 extra ne gibt es wahrscheinlich tickets dann zu gewinnen für den shop oder wird beim treffen die punkte beim treffen die punkte enormen beifallsballon beim treffen zu rehe ok noch nicht versucht zur herausforderung ich muss doch nicht wirklich hinreisen jetzt oder wow ok ja ja von mir aus ich auf dem rücken ganz keine flügel auf dem rücken ganz in der flügel das ist wirklich flügel egal so eh 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 achso den habe ich vorhin gekillt gehabt den roboter der hatte ich mit childe getestet es ist ungewogen ist so tot zu spielen aber wenn man von Anfang an so spielt also ich habe mir vorstellen dass manche sachen damit einfacher sind als mit dem controller aber nur manche herausforderungen starten turm reigen das bogenschießen ist interessant spiele das windblumenfest da bedenkt man der alten zeiten als mondstadt gegründet worden war eine ehre des entdeckens und jagens auch für dieses jahr wurde ein anschlussvoller bogenschieße vorbereitet ich noch schnell wieder aber okay in diesem wettbewerb als gewinner hervortritt bekommt natürlich nicht nur tollen preis sondern enttet auch den aspekt der wohnermondstads der ausdruck starten habe mich irgendein archer hingestellt also ich muss ein archer haben ja neben gehauen verdammt kann ich mich eventuell oben drauf stellen das sind jetzt ist schwieriger das ist hart den zu treffen wenn man gar nicht fokussieren ah ja die combo habe ich natürlich durch den nicht treffen und allgemein länger brauchen das war zeit den komplett aufzuladen das hat jetzt gar keinen sinn gemacht das ist blöd über mir ich glaube ich habe die höchste punkte erreicht das ist jetzt blöd ja okay oh turmreigen treffer zur 66 höchste combo 19 punkt seit 3560 okay und ich habe 2600 von venti überbietet äh überboten oh okay ich werde jetzt ich weiß nicht mag ich jetzt die anderen auch noch alle zeigen im endeffekt das prinzip des spiels bleibt gleich ich weiß nicht ich habe die anderen mini spieler auch nie gezeigt großartig halt einmal wenn überhaupt und dann war es das okay auch seine nutzer ne verlassen hat jetzt ein gegner gespawnt oder was hauptsache ja wenn man sich oben drauf stellt hat man eventuell bessere chancen ähm sowas habe ich jetzt eigentlich ganz bekommen äh wer trifft mich jetzt grad von unten ich habe mir voll um cool hat man steht hier eine tante rum äh ist jeder gut nein falscher skill jetzt muss ich wegen euch ich werde uns beschützen ich werde uns beschützen ich will erstmal hier weg erstmal da hin abenteurer gilde was wollen die denn jetzt äh okay ja ich weiß nicht die anderen parcours werde ich dann einfach für mich machen weil das wird ja immer das gleiche sein nur andere orte andere ausgangsbedingungen vielleicht berge im weg oder so wir haben es gesehen wie es funktioniert das ist dann der teil des events nicht für mich machen das ist wie mit dem drachenkrat komischen mini quests da spielen so jetzt äh dahin festherausforderung geschenk einsammeln zu herausforderungen ansehen simpelspirale achso das sind die nächsten schon 3200 oh okay ich habe von mona ein geschenk ich kriege alle geschenke dann ah oder wie jetzt okay ich will aber wissen was das für geschenke sind bevor ich die bekomme hm jetzt hier zur herausforderung mache dann habe ich nur die karte okay es funktioniert also so geschenk einsammeln aha 30 urgestein okay also noch für jede wieder 30 das heißt nur 20 insgesamt 3 disziplinen sind 360 was die 400 davon okay man kriegt wieder relativ viel und kann ich auch hier schon ach okay jetzt kann ich mir das angucken ah okay die primos kriegt man quasi immer das geld ist dann quasi der bonus okay geld ist bonus also jetzt habe ich 200 tickets bekommen kann ich jetzt ein aktion center nutzen das sind die tickets okay 200 200 kann mir nichts leisten okay garten der gelüste was hat das jetzt nochmal für ein ding zum auftrag äh blauen von der abenteuergilde ach so ah okay deswegen war die abenteuergilde markiert okay gut gut jetzt setze es an so hat eine gelüste lied der landschaft ich will jetzt wissen was mit dem musikdingen es hier auf sich zu tun hat also wieder da vorne hin okay äh das bitte leider das also mit der lyra mit der harpe äh laia lyra kommt hin holy laia der himmel der himmel was das schön möchte gut hallo hast du dich ja was hast du dich an meine empfehlung gehalten nicht schlecht haha da kannst du dir auch das neue ergebnis zum mutiführen äh eignis zum mutiführen blumen im wind nein ich will ich will nicht ich will naja das ist aufregend wenn du abenteuerer magst äh abenteuer magst das finde ich genau richtig ich bin von oben ab und schwimme durch die luft während du mit ganzer kraft die hohe rufst wegen spaßig haha wenn ich dich die watschern wäre wäre ich schon unterwegs im letzten mal gibt es eine belohnung wenn du genügend punkte erzielst ich probiere es aus ja das solltest du unbedingt aussummieren und komm anschließend wieder dann erzähle ich dir mehr über zukünftige veranstaltungen irgendwie habe ich jetzt ihren text an da unterbrochen aber ok passt schon ganz gerne bleiben und der schaustür beobachten komm und ich habe direkt dafür dann die quest abgeschlossen auf dieser tafel werden während des blumenblumenfestes die orte der hausfall und für blumen im wind bekannt gegeben wenn die hausfall beginnt fällst du von einer hohen plattform herunter und musst dann verschiedene blumenströße in der luft einsammeln das klingt voll und ganz nach skyward sword die äh clowns insel zum mobilen fall einsammeln zum mobilen fall einsammeln Gott sei Dank ohne bewegungssteuerung hier das ist interessant wie das wohl im skyward sword remake dann wird also den remake in Anführungsstritten remaster um punkte zu halten die raushalte und ein das wollte dem boden berühst du die zeit abgelaufen ist beim sammeln verschiedener blumenströße gibt es unterschiedliche mengen an punkten grüne blütenbälle bringen 35 punkte aha die halb einer durchstehenden hübschen zielgrenze sind komm und enjoy das windblumenfestival davon abgesehen wird auch die eher am ende der herausforderung verbleibende zeit in punkte umgewandelt jede sekunde ist dabei 10 punkte wert aha ok ist echt wie das minispiel also fallen lassen und schnell runter und dann kann man halt mehr punkte machen ok das blumenwind auch mit freunden im mehrstellmodus streiten und gegeneinander antreten aha ok kann ich jetzt nochmal mit dir reden danke der empfehlung ja ich habe hier noch eine lockere aktivität mit dem namen lied der landschaft hier erkennst du die baden vom mondstadt in dieser aktivität kannst du liebliche lieder spielen ganz wie sie über den winden in den bergen und über den flüssen trage dein lied mit herz und seele vor das vergisst du garantiert alle deine sorgen weil das ist ganz neu für mich keine sorge diese aktivität genauer zu den musikalischen erfahren die freude des musizierens zu unterbreiten wenn du die hinweise befolgst und dich an den rhythmus hältst geht alles gut das beruhigt mich na klar ein schönes wildblumenfest ganz in der dapetungsfähigkeit wieder der landschaft über das aktionsmenü windblumen einladung testen vor dem rhythmus und den hinweisen der allmählich schrumpfenden rhythmusringe um die entsprechenden tasten im richtigen timings zu drücken ok yes nettes spiel ein freies spiel wahrscheinlich aber immerhin etwas wenn du den rhythmus richtig triffst erhältst du punkte dann leist du mit anschließender hand der erreichten punkt bewertet rhythmusringe erscheinen vor dem rhythmus und wäre mit der zeit kleiner wenn der rhythmus ring genau auf den tastendruck bereich was den tastendruck bereich ausgelegt ist ist es halt die tasten zu drücken um musik zu spielen aber machst du es falsch dann wirst du auf dem takt aus dem takt kommen obit nicht akkurat das spiel kannst du die kombozahl erhöhen wenn eine kombozahl an den bestimmten wert erreicht hältst du genauso was genau spiel mehr punkte halt die klappe list aber vorsicht eine verfasste note lässt deine kombozahlen rauch aufgehen ok zur herausforderung oh bahn der sterne normal schwierig experte kann ich das direkt aus dem inventar machen offenbar oder wie jetzt ansehen aus national adventi ähm ich bin nicht sehr gut drin wieder zu spielen und so kann und so kann mir das jemand beibringen bitte ich tausche einige meiner schätze mit dir musik für alles zu spielen um eine gemütliche annonziere zu schaffen gehört zu den aufgaben einer markt ich werde mein bestes tun mhm die techniken dieses leiharspielen sind das geheimnis eines baden wenn wir das alles in einem lehrbuch zusammenfassen würden könnten wir wahrscheinlich ein ganzes ganz neues studienfach schaffen aha vorführung beginnen ah ok ich muss das wirklich ok oh gott ich muss mit zwei dingern nehm ich die richtige taste überhaupt oh gott ist das oh gott das kann ich definitiv nicht mit der aufnahme richtig machen vor allem doppelt auch noch das ist das wird zu viel ich dachte ich muss nur eine reihe nutzen an knöpfen ich bin das mit sehr viel schnelleren sounds aus sequence before the echo gewohnt und auch mit pfeilen die kommen und nicht mit kreisen das hier schon wieder mehr äh dingens ozu ich krieg den takt nicht rein weil das zu wenig knöpfe für mich sind ah scheiße natürlich die letzten zwei habe ich verkackt ah kacke gute wackelt neuer rekord ja tausende hart geschenk einsammeln verlassen ansehen ah ah okay ich mach jetzt einmal das erste Lied halt durch vielleicht wird das ja noch interessanter aber ich krieg ja jetzt besseren Rhythmus ich bin mal still so lange das ist ja gar nicht ich bin mal Untertitelung des ZDF, 2020 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 1099, über den Wolken, 1099, über den Wolken, 1099, über den Wolken, Schenk einsammeln, yay, krassen, äh, Morgentau, ist das auch in der Homescreen-Pelodie gewesen? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Außer man geht halt wenig nach Rhythmus, aber dafür ist der Rhythmus für mich hier zu schlecht, leider. Ja, da habe ich es gesehen, die waren nicht gleichzeitig. Und dann auf beiden Seiten gleichzeitig und dann aber trotzdem nicht, oh Gott, und dann auf beiden Seiten gleichzeitig und dann auch noch gemischt irgendwie. Oha. Es ist nicht einfach. Aber egal, ich habe es geschafft. Morgen, Tor-Experte. Ja. Rauwurm-Rang halt nur. Wenn ich hier irgendwie zur Herausforderung... Rauwurm, Rauwurm-Boot wackelt. Ja, was ist denn besser? Bude wackelt oder Rauwurm? Über den... Keine Ahnung. Egal, geschafft ist, geschafft. Jetzt würde ich mich mal interessieren, was haben sie denn in Discord dann geschrieben dazu? Egal, ich glaube ich, wo... Egal, ich glaube ich, geht's los. Egal, ich glaube ich, geht's los. Egal, ich glaube ich. Ja. Aber cool, ich spiele trotzdem... Okay, spürst du mich denn das Beste? Nämlich, wenn ein Glockespielung gilt, war es 2. Pro gibt es dann nun 2.000 Gold, okay. Das sind eure Punkte auf Pro. Ich will weitermachen, aber ich brauche ein Ziel. Das ist vor... ...3 Tagen gewesen, das war die erste. First Try 2432. Ich habe gerade 3.000 mal 6.000 gemacht, aber halt im 6. Trial oder so hätte man ja Bock, das Effekt zu machen, aber das ist echt bockschwer. Okay, die Rede ist von dem ersten dann offenbar. Was habe ich gehabt? 2.854. Also First Try 2.854. Beim First Try bin ich über den anderen gewesen. Gut. Mein First Try-Taktgefühl ist besser als das von Kirby und Maxi. Ich bin zufrieden. Wie gesagt, jetzt diesen Hype auf Experte auf, ja, Dingen schaffen, auf Perfekt. Perfekt. Ich mit diesem Spiel, also das ist mir dann zufrieden. Maxi hat beim sechsten Versuch 3.266 gehabt beim ersten Lied. Okay. Das war der erste Tag. So, und jetzt hatten sie noch irgendwas zu den anderen geschrieben. Blablacode. Blablabla neue Quest. Holy Moly sind die neuen Kamerheldenhafen, die ihnen schwer Diebe ist. Aber auf Prophets wird grad sauschwer, den besten Rang zu bekommen. Lups. Okay. Ego ist gestärkt. Den besten Rang. Hält ihr schwer. Ja, ich nehm sogar nebenbei auf. Eigentlich schon gut. Ist ja das erste Mal, dass ich jetzt irgendwie sowas in der Art spiele. Man muss halt, eigentlich braucht man hier eine extrem gute Hand-Augen-Koordination. Und man genau, man muss diesen Schattenblick drauf haben. Hieß das Schattenblick? Shadow View. Äh, Shadow View. Android View Shadow. Shadow View. Okay. Ah, Schattenblick. Ist das eine Zeitung? Schattenblick? Ne. Wikipedia. Es gab mal was. Also irgendwas, was halt das Phänomen beschreibt, was man halt außerhalb des eigentlichen Sichtfeldes wahrnimmt. Also wenn ich jetzt auf meinen Monitor gucke, sehe ich trotzdem rechts von mir halt unscharf, unfokussiert meine Hand wackeln. Und das musst du dann, glaub ich, trainieren für dieses Minispiel. Zusammen mit der, äh, LeBab-Hand-Koordination dann halt. Wie gesagt, ich bin's halt schneller gewohnt und mit nur vier Dingern. Ich würde das sehen, wie das Ganze mit Dingens ist. Nur so aus dem Interesse jetzt. Also die Aufnahme werde ich jetzt eh gleich nicht mehr dann länger machen. Nebenbei äh, beim Bogenschießen haben sie jetzt schon Probleme, sehe ich. Oder der Kirby zumindest. Okay. Aber das war's auch schon, was sie geschrieben haben dazu bisher. Okay, ja gut. Dann fühle ich mich toll, dass ich's geschafft habe auf Anhieb. Huhu. Max, du hast gestruggelt. Ähm. So, warte mal, jetzt will ich ins Spiel da rein tappen. Ich würde mir echt noch sehen, wie das Ganze jetzt hier dann funktioniert mit Mausentestatur. So aus Interesse. Also, mit welchen Tasten soll ich das dann machen? Vielleicht ist das ja sogar einfacher. Äh, Steuerung, Steuerung, Maus. Vor allem, wie wäre das denn, wie ist das denn auf Dingens? Auf dem Handy. Handy wäre es jetzt eigentlich fast am einfachsten mit dem Finger rauf tippen. Weil der Monitor auch kleiner ist. Okay, aber dann, ja, dann ist die Ziel aber auch kleiner. Kann man, glaube ich, drüber streiten, ob es einfacher ist. Ähm. Aktion. Ich habe die Herausforderung. Morgentau. Vorführung beginnen. Experte. Vorführung beginnen. Vorführung beginnen. Vorführung beginnen. Oh Gott, was ist denn das? Okay, das ist bescheuerter. Definitiv. Wobei das taktile Klicken halt so ein bisschen hilft. Ja, doch, das ist... Es wirkt bescheuerter, aber es ist einfacher. Find ich jetzt gerade. Definitiv. Mit Tastatur ist es einfacher. Und ich habe es jetzt auch schon mal davor gespielt, aber trotzdem. Es wirkt deutlich einfacher, weil man quasi vier Finger nutzen kann und jeder Finger für eine Sache verfügbar ist. Ähm. Beim Controller hatte ich gerade immer nur einen Finger für eine Seite. Also jeweils den Daumen. Definitiv. Also Tastatur ist ein Muss. Orwurm. Neuer Rekord. Ist Orwurm das höchste oder was? Ähm. Ich mache mal einen Screenshot davon und lade meinen Discord hoch. Ich grüte übrigens nicht vom eigenen Discord. Ich rede vom Fischstreich-Discord von Hering. Oh. Bei einem Discord spielt glaube ich kaum einer oder gar keiner. Kennt schon. Ähm. Ja. Ja. Schreibe ich ihn jetzt da. Hering. Hilescore. Von. Wird. Irgendwas. Geschlagen. Einen zweiten Versuch mit. Tastatur. Tastatur. Ist deutlich leichter. Kann ich mal schreiben. Bok. Äh. 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 Noch. Ach. Mal. Buchstaben Träger. Tastatur nochmal. Mein vorjährigen Highscore von 2000 irgendwas geschlagen wird. Soll ich leichter. Stimmt. Weil ich habe wirklich. Ja. Ich habe halt jeden Finger direkt auf der Taste. Beim Digikreuz habe ich halt nur den Daumen drauf. Aber man kann natürlich auch versuchen. Ja. Es ist. Es ist einfach etwas zu einfacher. Äh. Beim Controller habe ich halt nur einen Daumen in Gebrauch. Und bei der Tastatur für jede Note direkt ein Finger. Ja. Ne. Nicht ganz. Äh. Auch. Bei der Tastatur. Tast. Blablabla. Äh. Blablabla. Blablabla. Äh. Blablabla. Mindestens. 6. Im Endeffekt habe ich halt nur mit dem mittleren Daumen von W auf S runter geswitcht. Und von I auf K. Ja. Okay. Das heißt. Ich weiß nicht wie ich dieses Minispiel machen kann. Wäre geil wenn es dafür eine Motion Steuern geben würde. Ach das wird doch mal was. So. Gut. Äh. Ja. Und das gucken wir uns dann. Gucken wir uns das noch an heute. Ich meine wir haben Settel vor 3. Ich überziehe jetzt einen Part. Ich mache jetzt einfach in dem Part einmal jede dieser Mission. Oder ne. Wenn ich jetzt. Ne. Ich pausier jetzt. Und dann mache ich die Mission. Und noch die komische andere Mission da bei der Gilde. Dann habe ich ganz gut glaube ich was. Äh. Nebenbei. Ja gut. Hier muss ich noch das Ding machen. Hier muss ich noch das machen. Ja. Und das habe ich jetzt. Dann gleich vor. Gut. Ich lasse es in dem Screen damit ich es gar nicht erst vergesse. Dementsprechend sage ich jetzt. Äh. Ciao und bis dann. Und. Ja. Das war schon. Pff. Macht Spaß diese Mini-Spiele. Ist ganz nett. Coms per capaz wird dann auch. Ja. Geräusche. Kennt.